Los Jungs, wir müssen die Prinzessin retten! Jawoll, ja! Also Jungs, ihr geht schon mal vor, okay? Ich bin direkt hinter euch, ja? Sehr schön. Er gibt dich! Niemals! Attack! Attack! Erbärmlich, die Ritter von heute. Meine ganze Crew habe ich verloren. So werde ich die Prinzessin nie retten können. Ihr sucht also nach der Prinzessin? Woher wisst ihr das? Seid ihr eine Hexe? Nein, ich habe das nur eben mitbekommen, wie du das gesagt hast. Ach so. Also wenn du sie wirklich retten willst, dann musst du unverwundbar sein. Mhm, ja. Auf dem heiligen Berg, ganz oben, da lebt ein Gott. Er hat die Unbesiegbarkeitsrüstung. Wer hat dich sie damit retten können? Ziehe los und rette sie! Ähm, sie haben mir nicht geantwortet. Also doch eine Hexe. Und sofort machte sich unser wackerer Held auf den Weg, um den heiligen Gott zu finden, um somit schlussendlich die Prinzessin retten zu können. Doch dies dauerte sehr lange, da er erstmal diesen Berg besteigen musste. Endlich oben angekommen, fragte er. Bist du die heilige Banane? Noch nie hat jemand gewagt, mich mitzunehmen. Ja, ja, jetzt komm, nerv nicht, Mensch. Hey, lass mich runter. Also, erzähl mal, wie bist du eigentlich Gott geworden? Ich lag ein Jahr lang da oben, dann habe ich sprechen gelernt. Und dann meinten alle, ich bin ein Gott. Ja, das klingt interessant. Das sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. So. Wir sind da. Ja, und jetzt? Du hast mir eine Rüstung versprochen. Mhm. Hier. Boah, was ist das? Das ist das neue Merch von K-Storm. Und damit bin ich unverwundbar? Nicht unverwundbar, sondern unbesiegbar. Ach so. Na dann, tschüss. Hey, lass mich hier nicht liegen. Ey. Hallo. Ich weiß, dass du da oben bist. Wieder du. Lernt ihr nicht mal aus euren Fehlern? Schluss mit lustig. Was bist du? Bist du ein Gott? Nein, kein Gott. Ich trag das neue Merch von K-Storm. Und so machte sich unser Held auf, die Prinzessin zu befreien. So, du bist jetzt befreit. Das wurde langsam aber auch mal Zeit. Hier drin gibt's gar keinen Empfang. Boah, hast du das schon eine coole Rüstung? Das ist keine Rüstung. Das ist das neue K-Storm-Merch. Bald für jeden erhältlich. Mhm, ja. Cool. Hol ich mir auf jeden Fall. Ja, ich würd sagen, wir gehen dann jetzt. Ja, okay. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann haben sie noch heute keinen Empfang. Ja. 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 Ja.